Wie oft die Atombomber explodiert, ne? Ganz unten, ein feindlichen Kampfhund in der Nähe, ihr ist Teammitglieds erledigt, aha. Immer wieder. Wie viele Punkte? 19.000 Punkte hab ich grad gekriegt. Hab ich auch. 19.000, ja, boah hab ich auch grad. Dieses komische Hundebild, ne? Ja, genau. Da hab ich mir grad hier, ach komm, wo ist es, Hund, wo bist du, da ist er, Hund, haha. Boah, das ist ne cooles, ne coole Visitenkarte. Claymore? Was? Wollen wir nicht mal kurz rausgehen? Ja. Ich weiß mal nicht, ob ich jetzt da Waffenprestige machen soll oder nicht, ich weiß es noch nicht. Ich glaub, das mach ich am Schluss. Ja doch, ich denk schon. Also ich such dann nochmal neu. Mal gucken, was die Gegner uns diesmal bringen. Klar machen. So schnell geht das. Aber es ist gut, dass wir es jetzt reingemacht haben, dass man es ganz schnell stumm machen kann. Da Marcel, da ist auch einer, da ist auch einer Prestige 9, genau dasselbe von Prestige 15, siehst du es? Das ist die 9, 4, ah 9. Ja. Siehst du das? Achja. Genau, das ist gleich von Prestige 15 von Black Ops 1. Ahja, genau, ja, ja, genau. Haha. Oh Gott, wir werden so abkacken. Ja. Mal gucken, wer in unserem Team ist. Ja, wieviel Spieler wollen die denn bitte noch haben? Muss das immer unausgeglichen sein? Das sind 6, das ist ne 6er Gruppe ist das. Ah, jetzt. Die werden sowas von abkacken. Ja. Oh mein Gott. Ja, wir werden, oh, meine Güte. Aber nur eine Runde, aber, aber nur eine. Nur eine Runde. Nur eine. Ne, vielleicht kriegen wir es ja hin, aber gewinnen werden wir es auf jeden Fall nicht. Gewinnen werden wir es nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier was reißen werden. Ne. Neh. 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 die ich schon mal. Ach komm. Komm in die Ecke jetzt. Los, komm in die Ecke. Oder so. Muss man nachher an. Jetzt kommt er um die Ecke, das kann doch nicht wahr sein. Ja. So stehen wieder die hier, also. Hm. Na super, ich hab'n getroffen. Na los, na los. Ja, ui, andere Seite. Wow. Ja super. Ich versteh' auch nie, wie man hier spawnt. Ist immer unterschiedlich. Ja, natürlich. Und warum ducke ich mich da eigentlich nie? Er ist erledigt. Das ist blöd. Das Team wird jetzt sehr oft rausgehen. Ach komm, diese Esmin, die nerven doch voll. Boah, wie ich diese Waffe gemacht hab' ich hab'n. Das ist unglaublich. Die passen aber auch nur auf eine Seite auf. Ich hab' grad' eben alle nur in eine Richtung geguckt. Achtung, oben haben wir gekommen. Was? Hast du? Schütze am Boden. Hm. Hier ist ein Mann. Mann. Da liegt einer. Yeah, haben getroffen. Ha. Das Visier hat doch schon was. Den hätte ich nie gesehen. Ich hab' nachgeladen. Ich hab' nachgeladen. Ohohoho. Ohoho. 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 Wechsel das Magazin. Sniper. Wo ist der hin? Mann. Hm. Guck mal, unser ganzes Team ist rausgegangen. Also vom Anfang. Ui, ah, wie wenig Punkte. Ja, ja, ja. Wähle ich ja schon. Ui. Nur 1,5 Stunden. Findet er auch noch irgendwas? Hm, ah jetzt. Weißt du was, Bob, ist heute der Gliedstoff? Ja, es ist, ähm, spät. Ich weiß, ob es richtig 8 da ist. Ich weiß, ob es richtig 8 da ist, ob es eigentlich ist, ob es richtig 14 hält. Genau. Haben auch nichts Neues ausgedacht. Nicht viel Neues. Ja, super. Was die hier für Bilder haben wir einfach nur. Ne, ich lasse es so. Hier will ich aber Mark und... Ich bin irgendwie immer im Verlierer-Team. Ich habe schon hier, wie immer die, weil auf Elite gerade, bin ja hier, da habe ich alle, 1, 2, 3, die letzten 5 Spiele habe ich alle verloren. Ja, Mann. Herrschaft. Also Win, Chance, Win, Chance. Ich mach den Längen, sich ja nicht alle da. Charlie wird gesichert. Äh. B wird gesichert. Ich bin da einer Gegner-Team. Okay. Wir sind in Front. Wir sind in Front. Hält sie scheiße an. kommen die auch irgendwann mal was das ist ja alle raus geflogen oder wie gut wenn wir alle halten ich müsste man wir müssen noch flagge halten ich hatte ja ein spiel da hat war nur war drei gegen drei die ganze zeit ist kein neuer reingekommen meine güte Ich bin ein Sniper, ey, nerf das. Ey, ich treffe überhaupt nicht mehr. Was ist denn hier los? Das ist mal wieder ein Spiel, wo ich gar nix hinkriege. Und wenn dann nur halb. Findest du auch, dass das Messern irgendwie hier ein bisschen blöd ist? Ja. Ich treffe irgendwie nie. Ich treffe gar nicht. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ey, jetzt haben wir eine Orbitalstation. Neuer Satellit, was auch immer. Geil. Ja, aber wie kann man das hinkriegen, bitte? Bestimmt hat er wohl einen 22.4 hat der. Ja, bitte, wie kriegt man das hin? Ja. Ja. Nein. Mann. Ja, das ist die Wand. Ja. Wir verlieren B. Wir verlieren B. B. Zwei in der Dunkel. Oh, oh. Der Feind hat B. Oh, oh. Ui. Eroberungsdingsbums. B wird gesichert. B wird gesichert. Bewegung, Granate. Mann. Bravo ist abgesichert. Ich sollte mir wirklich mal flinke Hände reinmachen. Ich sollte mir mal flinke Hände reinmachen, weil dann kann ich Granaten wenigstens zurückschmeißen. Radar offline. Es wird verliegen Fraßes. Die Drohne nähert sich. Ui. Gut gemacht, Fields. Bereit machen für die nächste Runde. Gut. Zwar schlecht, aber egal. E gut. Nicht gut. Äh, schlecht. Ich bin schlecht. Das muss man sagen. Geht er noch weiter. Ich weiß. Trotzdem bin ich schlecht. Herrschaft. Wir gehen mit dir. Er boostet. Ziel einnehmen. Alpha wird gesichert. A gesichert. Wir haben die Führung übernommen. Der Feind hat Charlie. Noch eine Offenstraße. Ne. Ich hab A gesangt. Auf die Beine. Herstellungsverkehr. Auf die Beine. Auf der Beine um und erledigt. Uuh. Da steht ja gar keiner. Man, dieses Autoteil liegt im Weg. Wow, ab alles. Mist, es war ein bisschen blöd gezündet. Ja, mach weiter. Jetzt kommt. Boah. Hä? Da. Hm. Na gut, stimmt. Wie wird gesichert? Nein, doch. Wir verlieren Bravo. Wer wird denn zu tun, älter nicht? Haltens Abschiff der jensten, nach dem Rollen, ey. Sitze da in der Ecke. In der Kiste. Hundestaffel im Einsatzgebiet. Geil. Ich hab Hunde. Schöne Hunde. Ich wollte das erste Mal, dass Hunde in der Kiste hatte. Jawoll. Macht was, Hünnchen, macht was. Ein weiterer Abschuss. Du siehst. Ich bin auf dem Fahrzeug. Ich bin auf dem Fahrzeug. Ich bin auf dem Fahrzeug. Wie viel, 15? Waffe leer, Sekunde. Wir haben B verloren. Wird nur da zwar der Schieger ein. Ich bin gewohnt. B gesichert. Nein. Charlie wird gesichert. Ich lade nach. Alle Flaggen gesichert. Positionen halten. Ja. Verbündete Drohne nähert sich. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Durch Löcher. Hey da unten. Wo ist der da? Ja ne. Ich messer den voll und ich... Boah ich hab... Ich hatte grad voll Commando ne. Das hatten wir grad voll gesehen, aber ich hab nicht getroffen. Ey dieser lauter 490. Ja, ich treffe alle aber sterbe. Die Waffe ist wie zu schnell leer. Doppelasi. Bravo wird gesichert. Hat Granate bei mir. Bravo wird gesichert. C4. Achtung. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Auf die Beine. Wow. Oh, ich wäre sogar fast noch gestorben. Wann wie das da hängt? Hm, aber gewonnen ist gut. Vielen Dank.